Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Nein, nein, das wär zu blöd. Geht dir dasselbe durch den Kopf wie mir? Tja, ich glaub schon, aber Strumpfhosen sind sowas von unbequem. Ich bin so hohl wie ein Baumstumpf. Du meinst? Ja. Wir sind beide zu dämlich. Genau das dachte ich auch. Was wollen wir denn heute Abend machen? Dasselbe wie jeden Abend. Was denn? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Oh eh. Na. Hurra!